Mmmmm... Penis! Party! Penis-Party! Yay! Äh, nein. Äh, wir sind wieder da, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Juhu! Äh, es geht weiter damit. Ähm, Nisha! Ja. Ähm... Die Frau hat einen Dutt und sie sieht damit alt aus. Ja. So. Wir machen jetzt aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter. Ich sehe noch weniger, weil die dumme Sonne von der Seite blendet. Ich huste mal. Aber wir haben ja Tinderboxen. Auf mit dir! Agrippa! Freude, Kumpel! Hilf mir! Wer ist der Switch? Hilf mir! Das ist schlau, das ist ein Bierfass. Vielen Dank, Jungs. Du hast meine Gratitude. Mein Name ist Agrit. Wer bist du? Es ist ihm. Ja. Ja. Wie ein Prophet, der in den Länen stammt in den Länen stammt? Hahaha. Sag mir, bist du von den Länen stammt? Du willst du stoppen Alexander? Ja. Ah. Warum? So, Babylon shall fall you, said. Hahaha! Du hast zu viel Angst. Alexander ist traurig ohne alles. Ja. Das ist... Das ist nicht sehr promisierend. Der Sektum ist, in der Grunde, aber ich frage mich. Es kann sein, von einem anderen. Aber Alexander, bitte. Ich mach's mal wieder zusammen. Jo. Ich sag doch gar nichts. So hieß meine Gedanken, ohne mich zu fragen. Der German Exzent ist brillant. Oh, Choir. Ich hasse Choir. Oh. Genau. Ich glaube, das haben wir jetzt auch aufgeschrieben. Ba-bam-bam-bam. Und alles braucht, um ins Sanctum zu kommen. Mit geschlossenen Pfeifen liegen... Schattern... Schattern. Mit geschlossenen Pfeifen liegen, in den Torturierungen. Oh, Eul! Ach ja, das weiß ich noch. Aber da ist noch nichts, oder? Nein, du bist nicht. Was war hier? Ah ja. Was war hier? Ah ja. Okay. Weil es geht nämlich um die Levers. Da schaue ich gleich mal rum. Mhm. Renne ich gleich mal rüber. Ich greife mal zu dir rüber. Ja. Bitteschön. Dankeschön. So. Ja. Ähm. Ich fange übrigens jetzt dann gleich mit dem... Nach dem Nische. Mit dem Deus Ex Let's Play an. Ui. Denn das ist jetzt endlich auf Steam freigeschalten. Yay. Ich konnte es... Ich habe es zwar vorgestern schon gehabt, aber ich konnte es nicht installieren, nicht spielen, weil es in Europa erst heute rauskam. Egal. Heute fange ich an. Domi hat bereits mit dem Super Mario Brutal Hack Let's Play angefangen. Yo. Schaut euch das an. Klasse, wie er rumfällt. Ja, ja. Ich versage echt super. Du solltest dir echt auch ein Gamepad kaufen. Ernsthaft? Das wäre nicht verkehrt. Wobei ich am letzten Video einigermaßen zurechtkam. Ja. Irgendwann, ja. Irgendwann, ja. Das kommt dann mit dem Gamepad nicht klar. Was genau das jetzt eigentlich nochmal gemacht? Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall ist er revieft. Ja. Ja. Alexander redet mit uns. I have to stop you. I can't reach proceed any further. I'm sorry, my friend. Ja. Er möchte nämlich in die andere Welt. Und da müssen wir ihn aufhalten. Oh. So. Die andere Welt. Die andere Welt. Oh. Oh. Take me with you. Oh. Oh. Take me with you. I knew you could reach me. I knew you could reach me. Der ist echt ein bisschen gay. So. Oh. Take me. Wir müssen das Tier langen. Ich glaub. Hier haben wir die Torture Rooms. Was war denn hier? Ah. Ein Brunnen. Ah. Warte mal. Werf da mal was rein. Ich glaub da ist doch so ein Viech unten, oder? Aber ich hab nichts zum Reinwerfen. Ne, ne. Da liegt doch ein Stein. Stein. Ah, ich glaub da müssen wir Fleisch irgendwie runter. Ja, ja, ja. Und dann hast du Knochen, glaub ich. Ja. Ja. Gut. Ne Crank. Ja, die ist zum Drehen. Ach so, ja. Was es Sinn ergibt. Aber das geht ja jetzt wahrscheinlich eh noch nicht um. Das ist Fleisch oder irgendwas. Jau. So. Wie viel Oil hab ich denn noch? Ah. Ah. On Mars. Transept. Ah. Freiheitsberaubung. Ich weiß nicht, wie hell es jetzt auf dem Video ist. Hier ist es auf jeden Fall scheiße dunkel. Ja. Etwas hell?! Wie viel mehr, Baron? Wie viel mehr hab ich mich gestern? Kugel mich, Orkene! Kugel mich! Dieses, prepare dich. Okay Bereite den vor Ich will ihn essen Oh, Beef Tenderloin Ja, mit Speck Da müssen wir hinfahren die Woche Alexander, glaube ich Der hat coole Haare So schauen wir auch mal aus So, jetzt mach ich mit Ich trau hier niemanden Tenderbox Schau mal, schau mal Könntest du dich wunderbar wehren Ja eben, wollte ich gerade sagen Das Ding als Wurfwaffe Das Spiel Das tut mich richtig triezen Ich könnte In den Kopf Hier Oberkörper Hier Entmannen Auf die Nüsse Aber wir dürfen nicht Eine Wunderlampe, Aladin Yay Lol Genie Können wir die rüppeln Na ja Das war's nicht rüppeln, Mann Das ist Ja, war ein Fail Auf unser Superdue Ja Is it you, my love? Ja, mal ne, mal ne Was? Het onnappleide Oh jee, das was Oh Gott Hm. Hm. Hm? Huh. Malamala. Ba diripdi! Malamala. Ba diribdi! Ba diribdi! Die Profit hat grad damit angefangen. Ja und außerdem sind wir gerade beim Lesen. Eben. Aber ich... Die Frau geht grad voll ab. Frau hör auf! Frau! Schluss! Aus! Böse Frau! Sitz! böse alte tut frau man hört dich nicht aufräumen ich habe jetzt auf jeden fall hier habe ich alles wir müssen ernsthafter spielen es geht nicht dass wir in so einem spiel rumlöden ja wir müssen uns glaubt dann haben wir jetzt 21 teile das falsche gemacht wir müssen uns jetzt ab sofort in die hosen das ist so gruselig ich will da nicht rein ich bin lieber wieder appassionate ich glaube da trägt die sanity auch extrem schnell wenn ich finde ich die leichen und tortsche die krater ist ready you you're a man how can you partake in this is he alright he is one of the wicked don't pay his lies any attention i'm not a bad man it was accident he set a man on fire it wasn't my fault why would anyone listen that's horrible of course we are dealing with monsters so ich glaube das kann ich anfassen dann kriege ich irgendwas mit der tortsch damit ich glaube hier nicht oder ja 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 die qualen die qualen das ist dem typen ich glaube wäre das ein flashback das ist mein moon hoffe ich so war zumindest immer meine annahme bisher wir müssen hier nicht irgendein seil haben oder so ach nee warte mal das war das seil hast du schon sehr gut aha genau das mit dem grid gate ding jetzt brauchen wir das dann ich glaube ich habe zwar den dass das das sind aber das ist es ist es ist das mah